MW-Con ist ein nützliches Werkzeug für alle, die ein UMTS-Modem verwenden. Die Software ist besonders schlank und erleichtert damit unter Windows die Einwahl in Mobilfunknetzwerke. Besonders praktisch ist die Vorauswahl der Verbindung. So kann der Nutzer entscheiden, ob er lieber per UMTS oder lieber per GPRS online gehen möchte. Praktisch ist auch die Anzeige des bereits verbrauchten Datenvolumens und der derzeitigen Verbindungsgeschwindigkeit. Die Konfiguration ist recht einfach. Aus dem Internet lädt sich der Nutzer einfach eine Liste von Einstellungen für verschiedene Netzbetreiber und wählt eine davon aus. Bei Bedarf lassen sich viele Einstellungen manuell verändern. Die Software besitzt auch Analysefähigkeiten. So kann der Nutzer herausfinden, ob das eigene Modem eine Netzsperre hat, welche Netzbetreiber sich in Reichweite befinden und welche Funktechniken von ihnen angeboten werden. Alles in allem ein nützliches Werkzeug für diejenigen, die lieber auf die Software des Netzbetreibers verzichten wollen.